Das Leibregiment Der einst dem Feind die Hosen klopfte, der hieß wohl Gustav, der Verstopfte. Die Soldaten, ja die Taten, für den Fürsten alles ganz umsonst. Und sie trugen bunte Fahnen und Gewehre, aber vorneweg marschiert vorm ganzen Heere eine Trommel, eine Trommel, eine Trommel, Radibim, Radibamm, Radibommel vom Leibregiment, vom Leibregiment, das sich noch König Gustav nennt. Der brave Landsknecht braucht nichts tragen, denn dazu hat er seinen Wagen. Hinterm Rosse, beim Trosse, da fährt die Markentenderin. Und sie kennt vom Regiment die ganze Mannschaft, denn sie hatte schon mit jedem ne Bekanntschaft. Auf der Trommel, auf der Trommel, auf der Trommel, Radibim, Radibamm, Radibommel vom Leibregiment, vom Leibregiment, da sich nach König Gustav fährt. Der Hauptmann einer von den Fetten liegt gern bis mittags in den Betten, doch alleine, denn voll Weine, da verschenkt er ungern seine Gunst. Und im Dienst hält er die glasgen Augen offen, aber innerlich ist er total besoffen. Und er trägt den dicken Bauch wie eine Trommel, Radibim, Radibamm, Radibommel vom Leibregiment, vom Leibregiment, da sich nach König Gustav nennt. Und so marschiert die ganze Bande Jahreinjaus durch fremde Lande In den Städtchen die Mädchen, die kommen abends spät nach Haus. Der Soldat braucht niemals eine wiegen, immer sieht er zwanzig Kinderköpfchen liegen in der Trommel, in der Trommel, in der Trommel. Radibim, Radibamm, Radibommel Vom Leibregiment, vom Leibregiment, da sich nach König Gustav nennt. Es sterben auch mal Generale, die Trommel ruht im Arsenale. Im Gehäuse die Mäuse, die führen das alte Leben fort. Und sie fressen und sie lieben und sie raufen, machen Junge und sie streiten und sie saufen. In der Trommel, in der Trommel, in der Trommel, Radibim, Radibamm, Radibommel Wie das Leibregiment, wie das Leibregiment, das sich nach König Gustav nennt. Die 맞esteOOOO propose fold-zero過去 ist marginalized, Die Münze, in letzter Beortschanns, döne ñ der Trommel kommt, geht es genauso fast involverdesta, einer clothcoli und die thế wonder sekundbait, und dafür in der Kr extensive солigich wie das Leibbrühe Bruno Carbohanns, Untertitelung des ZDF, 2020